So, meine Damen und Herren, es geht weiter, Kreuzheben, Disziplin Nummer 2, am heutigen Amittag hier in Wienz, und zwar mit der Kategorie Anfänger, Teenager und Junior. Dann werden wir gerade mit dem Start, wie ich von Hummel ins Kino anfangen, und zwar mit dem Marcel Kenner. Nach dem Marcel bereithalten, vorher fertig. Kino, Kino, Kino. 10 Sekunden. Das ist gewalt, okay? Wir haben die 30 Kilo Höhe in der Masse. Wir haben die 30 Kilo. Robert-Freudian, Chef Kelly. Vielen Dank. Und folgt jetzt Kino. Und folgt jetzt Kino. Danke. Ja, für die Kino. Kino. Mit Kino. Kino. Und nach dem Kino. 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 Felix Mit Hohbetrackskiller Im ersten Versuch Der Mattenfelsorte von Santiago Trainer Schöhn Mit Hohbetrackskiller Vielen Dank. 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 220 Kilo. Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah! Super! Ja! Vielen Dank. Ja! 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 Applaus Zweitens Bildung, Janni Kauan Zweitens Bildung, Janni Kauan Anhaltend, Janni Kauan Ziel ist zwei Uhr, das geht weiter mit Robi Die Werte im Vorjahr mit 33.5 kg Ja! Heideon führt die Gehundes zu den Bühnen von der Bauten. Unter zwei Bühnen von der Bühne möchte ich mit dem Bühnen von Marcel Kehle und nach dem Bühnen von Kevin Schäff. Statt! Ja, für die Gehundes, 2,5 Bühnen für Marcel Kehle. Das kriegt ihr Gestein mit dem Punkt 5,5 Bühnen für den Schäff. Nach dem Kevin Reithau versieren. Nach dem Kevin Reithau versieren. Hier, hier, hier! An! Ja, das ist die Bühne für den Schäff. Das kriegt die Gestein mit dem Bühnen für Marcel Kehle. Dich, das ist die Bühne für den Schäff. Dich, das ist der Schäff. Der Schäff. Dich, das ist das Kompon. Dich, das ist der Schäff. Dich, das ist der Schäff. Komponiert, der Schäff. Und ertragen. Oh, komm! 2. 1, 4. 3. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Zweite Kilo für Mario Müller. Zweite Kilo Mario Müller. 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 Kilo Mario Müller.